Sie hören jetzt die Montagsfrage, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Montagsfrage. Das ist unser Podcast zum Newsletter. Ich bin Jan Philipp und heute ist mit dabei aus der Sportredaktion Sportreporter Roland. Hallo. Moin moin. Grüß dich. Ja, es geht in dieser Woche oder es ging in dieser Woche um die Frage, wie geht es denn weiter beim deutschen Fußball, konkret beim Männerfußball der DFB-Elf. Jetzt haben wir schon ein bisschen eine Antwort bekommen. Es ging ja auch hauptsächlich um die Bundestrainerfrage. Das scheint jetzt ja geklärt zu sein. Ja, offensichtlich ist Julian Nagelsmann jetzt hier der Top-Favorit. Ist ja auch der einzige, wenn man mal ähnlich ist, der irgendwie über ist. Über ist? Ja, ich sage mal so, der hat keinen Verein. Der ist noch im Vertragsstatus von der FC Bayern München. Der Ex-Trainer von Bayern ist das. Der ist aber noch, ist nur freigestellt. Okay. Und sagen wir mal so, vom Talent her, vom Können her, wäre er vielleicht einer. Ich meine, wie gesagt, hält sich jetzt keiner. Wäre er vielleicht einer, der die Kurve kriegt. Und das muss er unbedingt machen. Sonst erleben wir bei der EM in neun Monaten Debakel, weil die Mannschaft ist momentan auf dem Tiefpunkt. Wenn jetzt nicht einer kommt, der hier alles wieder rauszaubert, was eventuell mal da war, dann wird es schwierig. Also ich traue ihm das zu. Was hat er für Qualifikationen? Nur weil er mal bei Bayern der Trainer war, das kann ja nicht alles sein. Nein, 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 nein. Da waren ja viele schon mal bei Bayern. Also dieser ist ja nicht gleich ein Nationaltrainer. Was macht den Herrn Nagelsmann so als, sagen wir mal, als Favoriten für diesen Posten aus? Er kann begeistern. Er hat vernünftige Spielsysteme. Er ist offensiv orientiert. Das ist ja den Fußball, den wir eigentlich mal wirklich mal wieder brauchen. Also diese Ballschieberei, die wir zuletzt unter Flick oder auch schon unter Löw erlebt haben, das ist ja für den Zuschauer ein Grauen. Offensiv heißt, wir wollen mehr nach vorne spielen. Ja, vor allem mal ein paar Tore schießen. Ja, natürlich. Darauf geht es ja im Fußball. Und er hat das zumindest teilweise, er war ja in Hoffenheim, er war in Leipzig und er war auch in Bayern. Gut, dann ist er irgendwie rausgeflogen, als das alles nicht mehr so funktionierte. Aber das waren wohl Nebenkriegsschauplätze. Wenn man sich da vielleicht mit einem Herrn Neuer anlegt oder einem Thomas Müller, die da Ikonen sind, dann geht das ganz schnell und die Erfolge nicht da sind. Aber wie gesagt, ich weiß nur nicht, ob er der Richtige insofern ist, weil er ist bisher nur im Tagesgeschäft gewesen. Das heißt, jeden Tag Training. Als Bundestrainer bist du nur so ein Standby-Trainer. Das heißt, du hast zwar deinen Kader im Auge, sitzt auch mal auf der Bühne, guckst und machst. Aber wir haben zum Beispiel jetzt noch sechs Länderspiele bis zur EM, bis zur EM-Vorbereitung. Ja, was will man da sehen? Also entweder räumt er jetzt alles auf und holt einen ganz neuen Kader, was Schwachsinn ist. Also muss er mit denen... Mit denen, die da sind, muss er arbeiten. Muss er jetzt leben. Und er muss denen einfach Feuer machen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Also muss der Bundestrainer auch ein bisschen die DFB-Elf neu erfinden, damit das im nächsten Jahr was wird, deiner Meinung nach, mit der EM im eigenen Land auch? Ja, vor allen Dingen muss er ein bisschen an der Einstellung feilen. Also es muss wieder Spaß machen, nicht nur mit Lippenbekenntnissen, sondern das muss man auch sehen, dass man für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Vielleicht sollte man auch mal irgendwann mal die Nationalhymne lernen. Die Einzigen, die da raus sind, sind die Spanier, weil die keinen Text haben. Ansonsten muss man mal schauen, wie die Leute mit voller Inbrunst die Nationalhymne singen. Ja, dadurch gibt man keine Spiele. Aber es ist immer so ein Ansatz, auch um die Fans mal wieder mitzunehmen, was in letzter Zeit ein bisschen leider verloren gegangen ist. Also habe ich den Eindruck jedenfalls. Also bei mir ist das ja selber so. Ich war auch Fußballfamiliebe Klopp früher und jetzt langsam, ach naja, muss ich nicht, muss ich nicht. Ist das so? Ja, es ist manchmal wirklich so, ja. Die EM steht an und wir wollten im Newsletter auch fragen, weil man jetzt natürlich mit dem Blick auf 2024 auch die deutsche Nationalmannschaft, die da mitverfolgt, wollten wir wissen, verfolgen Sie überhaupt das Fußballgeschehen und das Geschehen rund um die Fußballnationalmannschaft. Und von den 136 Teilnehmern haben 87 Ja geantwortet und nur 12 Nein. Also das Interesse scheint ja wirklich noch groß zu sein. Und manchmal waren 37, manchmal ist aber auch Ja. Ja, ich sag mal so, klar, das Interesse einer deutschen Fußballnationalmannschaft ist eigentlich immer da. Nur, es war schon mal besser. Ja. Wann war es denn besser? 2006? Als wir hier das Sommermächeln haben? Ich denke mal, der Höhepunkt jetzt in jüngster Zeit war wirklich 2014, dass wir sensationell da in Brasilien Weltmeister geworden sind mit auch diesen begeisternden Spielen, das 7-1 gegen Brasilien-Haltfinale, das Finale in Argentinien. Da hat man die Leute mitgenommen. Früher eben in den 70er Jahren unter Helmut Schöne, ich weiß nicht, ob den einer noch kennt, aber der erfolgreichste Trainer aller Zeiten. Echt? Ja, ja, also Europameister geworden, Weltmeister geworden, im WM-Finale von Wembley, 66 auch dabei gewesen und nochmal Vize-Europameister geworden, 76 in Belgrad gegen Tschechien, ich weiß nicht, Tschechien war es, Tschechien war es, Tschechien war es, Tschechien war es. Okay, ja. War Helmut Schön sozusagen der perfekte Trainer? Also zumindest für die Zeit. Ich meine, damals war Fußball ein bisschen anders, nicht so kommerziell, da war es nicht wichtig, ob man beim Friseur war oder ein Tattoo hatte. Da war es auch nicht wichtig, wie man jubelt, ob man denn sich Kamera 1, Kamera 2 oder Tor 3 aussucht und dann da irgendwie einen Jubel zelebriert, den man im Training vielleicht eingütert, anstatt man vielleicht… Du meinst die Spieler dann? Ja, ja, genau, also der Fußball war noch ein bisschen anders, aber die Einstellung hat gestimmt und früher war das auch eben so, dass nicht jeder gleich Nationalspieler wird, wenn er dreimal Unfallfrei über den Rasen läuft. Früher musste man sich diese Ehre verdienen und das, habe ich das Gefühl, ist nicht mehr so, aber viele Leute kriegen das aber auch mit, aber letzten Endes ist es so, die Fans und alle, die in Deutschland Fußball leben, wollen Sie gesehen. Das ist eigentlich auf den Punkt runter reduziert. Was anderes gibt es nicht. Werden Sie so Niederlagen sehen? Wer möchte das? Keiner. Keiner will Niederlagen sehen. Und da haben wir leider ein bisschen wenig abgeliefert in letzter Zeit. Glaubst du, dass Jogi Löw, mit dem wir ja Weltmeister geworden sind, 2014, was du gerade erwähnt hast, meinst du, das war der perfekte Trainer für die Nationalmannschaft in der neuen Zeit? Er war bis zum WM-Gewinn auf alle Fälle der richtige Trainer. Er hat auch was bewirkt, also nach dem Sommermärchen, wo Jürgen Klinsmann mehr oder weniger abgelöst hat und beim Sommermärchen schon im Hintergrund gearbeitet hat. Ja, auf alle Fälle. Nur danach ist er eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob überhaupt alle sind das ganz Fußballdeutschland eingeschlafen nach dem Triumph. Da kam nichts mehr. Hat man sich nach dem Triumph zur Ruhe gelegt oder zur Ruhe gesetzt und sich entspannt und hat sich gedacht, jetzt haben wir es erreicht. Warum können wir Pause machen sozusagen? Klingt so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, die hätten sich da alle dann auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Ja, so sieht es ja aus. Wir haben ja seitdem nichts mehr gerissen. Wir sind zweimal bei Weltmeisterschaft in der Vorruhe ausgestiegen als Deutsche. Ja, das war bitter. Vier WM-Titel, immerhin noch dreimal Vize-Weltmeister. Ich meine, das war schon eine Hausnummer und den Eindruck hatte ich. Und das Problem war die Kaderbildung. Ich kann nicht nach vier Jahren den gleichen Kader nehmen, in dem ich Weltmeister geworden bin. Wo sind die neuen Talente? Ja, das ist eben die Frage. Wo sind sie? Ich meine, ich kann da nicht ewig immer einen Neuer noch aufbieten, der zwischendurch neun Monate verletzt war, jetzt wieder. Das sind immer so Sachen, es gibt andere Tourhüter, gute Tourhüter, da haben wir in Deutschland noch nie Probleme gehabt. Aber es ist so, wenn man zu lange an einer Mannschaft, die satt ist. Und ich hatte das Gefühl, dass die mit dem WM-Gewinn 2014 wirklich alle satt waren. Das war das Größte, was man noch als Fußballer vielleicht, nachdem man 47 Mal Meister mit Bayern gewonnen ist oder so, noch erreichen kann. Wie stark ist eigentlich so ein Trainer oder wie wichtig ist so ein Trainer für eine Mannschaft, dass sie zum Sieg kommt? Also, es wird immer am Trainer festgemacht. Jetzt wird gesagt, die deutsche Mannschaft hat nichts hinbekommen. Hansi Flick ist der Buhmann. Ja, ein Trainer muss eine klare Kontur haben. Ein Trainer muss wissen, welches System er spielen will und nicht heute das, morgen das, übermorgen das. Eine Mannschaft braucht Sicherheit, eine Mannschaft braucht auch Unterstützung, obwohl das sind alles Millionäre, aber es sind auch Menschen, die muss man mental auch pflegen, den Leuten Sicherheit geben und man muss die richtige Mischung finden. Also, das ist zumindest mal seine Aufgabe und natürlich auch dafür sorgen, dass sie laufen können. Konnte das Hansi Flick nicht so richtig? Hansi Flick hat zu viel ausprobiert. Also, er hatte ja die Präferenz, mit Bayern alle Titel zu gewinnen, die man gewinnen kann. Was ihn dafür auch prädestiniert hat für den Posten, oder? Ja, da haben alle gedacht, das geht jetzt so weiter. Aber ging dann nicht. Ja gut, wir haben, glaube ich, gegen Lettland gewonnen und noch irgendwelche zwei Mannschaften da, das war's. Aber er hat einfach zu viel ausprobiert und er hat, wenn man jetzt genau weiß, wir haben eine EM in Deutschland, wo alle hoffen, dass das ein zweites Sommermärchen wird, da kann ich nicht noch umherum experimentieren ohne Ende. Und das hat er gemacht. Das war sein Fehler. Und das ist ja auch nicht gelaufen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt gibt es natürlich die Frage, und auch wenn der neue Bundestrainer schon im Prinzip fast feststeht, wollten wir wissen, was denn unsere Leserinnen und Leser denn für Ideen haben für einen Bundestrainer. Und da sind einige Namen gefallen. Wir haben hier eine ganze Liste voll mit Namen, wo die Leute gesagt haben, das wäre der richtige Trainer. Und ich sehe da ganz oben schon den Namen Schön, den du auch schon erwähnt hast. Also viele hängen wohl an der Karriere von Helmut Schön damals. Ja gut, Helmut Schön war ein Bundestrainer, der seinen Spielern freien Lauf gelassen hat. Hat zwar klare Vorstellungen, Spielidee und so weiter gehabt, aber es war eine andere Zeit. Gut, es wird auch Franz Beckenbauer genannt. Gut, wir wissen alle, dass der Kaiser jetzt leider nicht mehr gesünderndlich auf der Höhe ist. Mit 78 Jahren ist das jetzt auch nicht das Thema. Rudi Völler hat ja klipp und klar gesagt, ich mache das jetzt hier mal kurz vertretungsweise und dann ist Schluss, weil er auch selber auch lange nicht mehr so im Geschäft war. Hat man sich vielleicht erhofft, dass Rudi Völler vielleicht noch mehr Feuer hat und das vielleicht übernehmen könnte? Naja, er ist ein Sympathieträger. Ich meine, wenn einer Tante Käthe heißt, dann eine bessere Sympathie-Kundgebung kannst du eigentlich gar nicht vom deutschen Fußball haben. Aber er hat kein Interesse, das zu machen anscheinend? Nein, ich habe ja das Gefühl, er ist auch ein bisschen ausgebrannt. Er war ja auch nach seiner Karriere, er war ja schon mal Nationaltrainer und er ist ja auch fürchterlich gescheitert in der Vorrunde bei der EM und dann ist er wie das freiwillig zurückgetreten. Aber er war ziemlich lange im Geschäft bei Bayer Levergur als Manager und hat da viele Sachen mitgemacht und irgendwann ist es mal gut danach. Der ist einfach, glaube ich, nicht mehr dazu in der Lage, sich diesen Stress anzutun. Ganz, ganz oft steht hier Löw, Jogi Löw, 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 sehe ich dauernd. Die Leute lieben Löw. Also das ist ja Wahnsinn, aber ich glaube auch, dass Joachim Löw, der hatte seine Zeit, man sagt immer so seine Prime. Also der hat alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann mit der deutschen Mannschaft. Er hat... Wäre es nicht auch immer Zeit für Neuen, muss das unbedingt wieder Löw sein? Warum beruht man sich immer auf die alten Guten? Warum nicht mal mit Neuen ranlassen? Ja, das ist ein Fußball so. Ich habe mich schon gewundert, dass keiner Autorea genannt. Ja, ist der nicht in der Liste? Nein, der taucht da leider nicht auf. Beckenbauer ist sogar auch ganz oft dabei. Herberger, Sepp Herberger. Ja, der lebt nicht mehr, den kann man jetzt nicht mehr kopieren. Aus Rubisch hat auch keine Lust, ist auch kein Nationaltrainer, toller Stürmer gewesen. Ja, das Angebot ist wirklich im Moment überschaubar und nagelsmal insofern, weil er relativ jung ist mit seinen 36 Jahren, wird ja allgemein hochgehypt als der, weiß ich was, der Top-Trainer, der beste Trainer aller Zeiten. Aber das wollen wir erst mal sehen. Ich finde es aber gut, wenn er es macht. Weil Klopp steht ja nicht zur Verfügung, den wollen ja eigentlich alle haben. Ja, das ist ja auch so einer, den man in Deutschland ja als Fußballtrainer schätzt und auch irgendwie so ein bisschen lieben, aber auch manchmal ein bisschen hassen gelernt hat, oder? Ja, er bringt Emotionen. Er ist keiner, der da, wie früher Ottmar Hitzfeld, auf seiner Bank sitzt und wartet, bis die Sonne scheint. Der lebt. Der lebt. Der geht jeden Angriff mit, der macht jeden Kopfball mit, der jubelt, wenn ein Tor fällt. Also, so viel Emotionen muss man auch in der Mannschaft weitergeben. Könnte er nicht vielleicht in Zukunft trotzdem nochmal Bundestrainer werden? Ja, oder? Ja, er hat ja klar, er hat ja erst mal gesagt, ich habe einen Vertrag in Liverpool. Den hat er, glaube ich, noch, ich glaube, drei Jahre, jetzt weiß ich nicht genau, aber ich glaube, drei oder vier Jahre hat er noch. Für die nächste WM dann? Ja, gut. Würde er sich vielleicht anbieten oder die übernächste EM dann? Ja, man weiß ja nie, vielleicht fliegt er ja auch in Liverpool raus. In England geht das ja manchmal auch ganz schön. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn jetzt der neue Bundestrainer kommt, ich habe gelesen, Nagelsmann, verdient dann 400.000 Euro, wurde geschrieben. Ja, das ist ja... Pro Monat? Ja, ja. Wahnsinn, was so ein Bundestrainer an Geld bekommt. Ja, aber Bayern verdient er acht Millionen im Jahr, also das ist nun mal als kleinen Vergleich. Ah, okay. Ich glaube, Bayern ist sehr froh, wenn sie das Ding von der Gehaltsliste haben. Der hat ja noch drei Jahre Vertrag, das heißt, acht Millionen, also geschätzte, wie gesagt. Also ein Trainer wird gut bezahlt, muss er aber auch, weil er eben für das Team der Schlüssel ist. Naja, ein deutscher Bundestrainer, ich sage mal, letztendlich nicht nur ein deutscher, aber wer Bundestrainer ist, der hat ja 60.000 Kollegen oder 60 Millionen Kollegen im Hintergrund, die alles besser wissen. Du meinst die berühmten 80 Millionen Fußball-Fanalyse... Ich glaube, das ist eigentlich kein einfacher Job. Man darf das nicht so einfach so abtun, aber es ist eben die Frage, ob er wirklich dahinter steht oder ob er einfach nur froh ist, dass er jetzt wieder einen Job hat. Also das ist so die Frage, die ich mir eigentlich stelle, weil was er bisher abgeliefert hat, gut, mit Bayern Meister wird jeder, aber er hat zumindestens Hoffenheim, als er damals von Hobbs-Stevens übernommen hat, hat er die vom Abstieg gerettet, in den Schemmes-Sieg geführt, also mit Leipzig im Halbfinale erst gescheitert in den Schemmes-Sieg. Also er hat schon Präferenzen. Nur die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, für ein halbes Jahr so einen Mann zu holen und dann soll er wieder weg. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht klingt das so ein bisschen auch nach einer Notlösung irgendwie, oder? Ja, genau, das ist doch so. Ich meine, jeder Bundesliga sollte eigentlich langfristig arbeiten, um jetzt hier so einen Schnellschuss zu machen und nach der EM ist er wieder weg, vor allem wenn wir wieder nichts reißen. Das wäre ja der Worst Case. Aber was ist, wenn wir was reißen? Ja, vielleicht bleibt er dann da. Vielleicht ist er anders dann, ja. Es heißt ja, dass er nur bis zur EM zur Verfügung steht und dann wieder in den Vereinsfußball will. Ich glaube auch, dass ihm der Job des Bundestrainers, wie gesagt, er ist einer, der im Tagesgeschäft lebt und groß geworden ist, das hast du ja als Bundestrainer nicht. Du hast deine drei, vier Lehrgänge im Jahr, dann hast du noch, was weiß ich was, ein, zwei Länderspiele, ansonsten sitzt du noch auf der Bühne und sondierst Spieler, wenn du noch welche brauchst, oder telefonierst ein bisschen drum. Das ist ja nicht ein Job, der einen jetzt hundertprozentig ausfüllt, wenn man so mit Leib und Seele Trainer ist wie Nagelsmann, was ich zumindest so empfunden habe bis jetzt. In der Newsletter-Umfrage, da sind auch fast alle, oder die meisten, sagen wir mal, die meisten in der Umfrage sind für Julian Nagelsmann. Allerdings gibt es noch einen Namen, der vor ihm steht, nämlich Felix Magath. Das haben die meisten wirklich gesagt, dass der, der neue Bundestrainer werden sollte, Felix Magath. Ja, Felix Magath ist ja bekannt als harter Hund. Also ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, nein, er ist einer, der sagt, ihr müsst erst mal laufen. Also Fußball ist nicht nur rumstehen, Fußball ist laufen, harte Arbeit. Und er hat, wie gesagt, er hat bewiesen, dass er das kann. Nur Felix Magath ist mittlerweile auch 74, glaube ich, oder 72, weiß nicht genau. Er hat letztes Jahr Hertha nochmal vom Abstieg gerettet, so als Kurzzeit-Trainer. Aber als Bundestrainer, weiß ich nicht, und den die Medizin-Bälle wieder rausholen, also das ist ja sein Top-Job eigentlich gewesen. Ich weiß nicht, ob er das heute mit der Generation noch machen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist er nicht mehr geeignet. Sonst vom Format her wäre es gar nicht so ein Typ, nur 40 Jahre jünger oder 30. Das ist aber der Nagelsmann nicht eben vom Format her, sagst du. Er ist auch einer, der begeistern kann. Der begeistern kann, nur die Frage ist, wie lange kann er begeistern? Das wird sich jetzt zeigen. Also der ist, wie gesagt, der lässt die Leute auch nicht nur im Kreis laufen. Also ich sage so, ich denke, der weiß schon, was er will. Nur, ob er wirklich glücklich wird, wenn er nicht im Tagesgeschäft ist. Und das, wenn man so ein Trainer ist, das ist ja zwar schön, das höchste Amt in Deutschland im Fußball, aber ja, ich lasse mich überraschen. Wir müssen abwarten, wie es dann läuft nächstes Jahr. 2024 steht die EM an. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man, so wie ich, nicht der größte Fußballfan ist oder nicht der größte Fußballgucker, dann ist aber EM und WM immer so ein Ding. Ich bin so ein typischer Mainstream-Fan. Ich gucke das dann und verfolge das und fieber mit und so weiter. Und ich kann mich an die großen Ereignisse auch erinnern. Einmal haben wir schon über Löw gesprochen, über den Weltmeistertitel, aber auch Platz 3 im Sommermärchen mit Klinsmann. Es sind immer die Trainer, die bleiben, natürlich die Mannschaft, die im Kopf bleibt, aber es sind immer die Trainer, die die Mannschaft zum Erfolg geführt haben. Jetzt müssen wir abwarten, ob nächstes Jahr es heißt, Nagelsmann hat uns zum Erfolg geführt. Glaubst du dran? Ich glaube nicht, so wie ich es rausgehört habe, bist du noch nicht wirklich überzeugt von dem. Also, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich wünsche es mir, weil ich möchte sowas wie das Sommermärchen 2006 ganz gerne noch mal erleben. Vom Feeling her so? Vom Feeling her, die Leute waren gut drauf. Das Wetter war natürlich bombastisch. Ich glaube, sechs Wochen Sonne, mehr geht nicht. War ein Traum, ja, damals. Und dann hatten wir noch die Franzosen hier. Das war ja auch nochmal so ein Highlight. Die ihr Camp hier hatten. Dass die ihr Camp hatten. Also, das war schon mal, jetzt auf Hameln mit so für ganz Deutschland natürlich noch schöner. Ja, wenn man sowas nochmal erleben dürfte, ja. Wir hatten ja auch nebenan in Hannover direkt das Austragungsort, das Stadion. Ja, ja. Aber da war es schon wild. Ja, da habe ich mir angeguckt. Spanien gegen Frankreich. Das war sehr interessant. Nächstes Jahr, wo sind, in welchen Stadien sind die Spiele, wie viele haben wir denn überhaupt? Ich glaube, sechs oder sieben. München ist auf alle Fälle dabei, Berlin ist dabei. Ich glaube, Hamburg ist dabei, Köln wird dabei. Also, die größten Stadien. Ich weiß nicht, ob Frankreich vielleicht auch. Also, alle habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ja, okay. Aber eben die Top-Stadien, die wir haben, da wird das eine oder andere Spiel mit Sicherheit stattfinden. Hannover dann nicht? Ich weiß nicht, Hannover war, glaube ich, immer raus in letzter Zeit. Ja, gut. Ich weiß aber nicht, warum. Weil das Stadion, wenn man immer da war, dann ist das einfach das Volle ist natürlich nur. Die haben mit ihrem Bahnhof wahrscheinlich genug zu tun gerade. Ja. Die bauen den ja großartig um. Ja, Hannover ist immer irgendwas. Ja. Okay. Ja, krass. Also, ich bin auch sehr gespannt. Ich finde nur, die Zeiten haben sich halt geändert. Wenn wir jetzt so zurückdenken an 2006, Deutschland war auch noch ein anderes Deutschland als heute irgendwie so gefühlt. Das ist ja aber auch schon, wie lange jetzt her? 20, fast 20 Jahre. Fast. Ja, 17. Alles hat sich ein bisschen geändert auch. Und der Fußball hat in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch die FIFA und die Skandale, die es darum gab und auch den Austragungsort der letzten WM und so weiter, die hatten gelitten im Image und im Ansehen, oder? Ich finde, das ist einfach mittlerweile viel zu viel Fußball geworden. Viel zu viel Fußball? Ja, wenn ich sehe, die Weltmeisterschaft wird aufgebläht auf, weiß ich was, 38, 40 Mannschaften oder die EM wird aufgebläht. Jedes Spiel wird übertragen. Champions League hier, Champions League da, Europa League, Conference League, Bundesliga, zeigen sie ohne Ende, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga. Also ich kann es so verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ich habe erstmal keine Lust, weil so überragend ist der Fußball ja auch nicht, weil da alles momentan nur noch taktisch geprägt ist. Viel zu sehr Taktik, dieses Hin- und Hergeschieben, das ist langweilig für Leute, die Action sehen wollen. Und das passiert bei einigen Mannschaften nur. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Bundesliga gucke und gucke mal tatsächlich in den FC Bayern, da kann man sagen, die wollen das wenig spielen. Oder Leverkusen jetzt zum Beispiel, wenn wir mal in der heutigen Zeit bleiben. Aber manche hast das Gefühl, die wollen das gar nicht, die wollen nur den Ball sichern oder zählen ihre Ballkontakte. Ich weiß es nicht, so kommt einem das Ding vor. Und der Fußball ist übersättigt. Und ich weiß auch nicht, wie lange das gut geht mit diesen hohen Fernsehgeldern, weil dadurch wird ja alles verrückt gemacht. Dann sind die Ablösesummen auf einmal 100 Millionen für den normalen Fußballspieler. 100 Millionen Ablösesummen. Das muss sich doch ein normaler Mensch mal vorstellen. Da kommt einem die 400.000 Euro pro Monat ziemlich klein vor für den Bundestrainer als Gehalt, oder? Ja. Gut, das ist eine herausragende Position in Deutschland. Ich glaube, er kriegt sogar mehr als der Bundeskanzler, aber ich weiß es jetzt nicht. Da wissen wir auch nicht, was Herr Scholz da bekommt. Ja, aber es ist schon, ja klar, also umsonst ist eben nichts. Und als Bundestrainer ist, wie gesagt, das höchste Traineramt einer Nation. Und da sollte man auch schon das dementsprechend honorieren. Man muss ja nur nicht die Millionen rausschmeißen, wie die Vereine das tun. Fußball ist ein Geschäft. Das war es schon immer. Aber es ist zumindest in den letzten Jahren immer mehr zu einem, wenn ich dich so, wenn ich die höre, wie du so darüber erzählst, zu einem etwas miserableren Geschäft geworden. Ja, ich habe das Gefühl, es geht nur noch um Geld. Es geht nur noch um Geld, 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 Geld. Und irgendwie geht der Sport dabei so ein bisschen vor die Hunde. Das ist, es wird, man ist irgendwie übersättigt, habe ich so das Gefühl. Und klar sind die Stadien noch voll. In Dortmund, gut, da macht man das Licht an, dann sind 80.000 da. Das ist aber auch dann, oder auf Schalke oder so. Das ist natürlich auch vom Naturell her. Andere Mentalitäten, die lieben ihren Verein auch. Aber es ist meiner Meinung nach einfach zu viel des Guten. Man sollte das mal ein bisschen reduzieren und sollte auch nicht jeden Mist im Fernsehen übertragen, zum Beispiel. Und vor allen Dingen, wenn du jeden Mist gucken möchtest, wie du sagst, dann brauchst du ja nicht nur einen Fernsehsender oder nicht nur die öffentliche Rechnung, dann brauchst du ja vier Abos heutzutage. Ja, eben. Keine Ahnung, wie viele. Das kommt ja noch dazu, ja, sicher. Die ganzen Streaming-Anbieter, der eine hat das Paket, der andere hat die Spiele, dann musst du für zwei Spiele noch da gucken. Also es ist ja wirklich, überschaubar ist was anderes. Es hat sich wirklich sehr vervielfältigt, was auch die Ausspielung angeht von Fußball. Also deine Marschrichtung für die Zukunft, weniger Fußball, aber dafür qualitativ besseren. Richtig? Würde ich so unterschreien. Ja, wunderbar. Würde ich so unterschreien. Dann können wir das vielleicht Herrn Nagelsmann für seinen Weg bis 2024 zur EM mitgeben. Ich gehe mal davon aus, dass er das schon weiß. Ja, ich denke auch. Aber er muss auch liefern. Also das nur hochgehypt zu werden im Vorfeld und die Leistung muss kommen. Ich bin gespannt. Ich auch. Und ich hoffe, ihr auch, alle, die zugehört haben, bis zur EM ist noch ein bisschen, aber die Montagsfrage, die kommt jeden Montag. Einfach über den Newsletter auf dwz.de anmelden und auch schon bei der nächsten Umfrage dann mit dabei sein. Und natürlich anonym durch den Newsletter dann mitmachen und Fragen beantworten, die wir hier im Podcast dann immer besprechen und auswerten. Ich danke dir, Roland. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ja.